Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich freue mich, dass das Lächeln der Fortuna jetzt auch als Hörbuchproduktion vorliegt und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Es liest Martin May. Ein Laienbruder führte Robert, den fast alle nur Robin nannten, zum Häuschen des Abtes von St. Thomas und entfernte sich dann. Schüchtern klopfte der Klosterschüler an und auf eine gemurmelte Aufforderung von drinnen trat er ein. Im Haus des Jerome of Barclay, der jeglichen Prunk für Teufelswerk hielt, gab es nicht mehr Komfort als bei seinen Mitbrüdern. Von den Mönchen und Schülern des Benediktinerklosters wurde er gleichermaßen gefürchtet und geachtet, und Robin überlegte unbehaglich, was diese unerwartete Audienz zu bedeuten hatte. Der Abt saß auf einem Holzschemel an einem niedrigen Tisch. »Setz dich, mein Sohn. Du bist Robert of Warringham?« »Ja, Vater.« Robin entdeckte einen weiteren Schemel und setzte sich. »Wie alt bist du, Robert?« »Zwölf, Vater.« »Und wie lange bist du schon hier?« »Fünf Jahre, Vater.« Robin betrachtete verwundert den weißhaarigen alten Mönch. Er kannte ihn kaum. Der Abt hatte zu viele Pflichten, um sich regelmäßig um die Schüler seines Hauses zu kümmern. »Warringham, glaubst du, du würdest gerne für immer hierbleiben?« Das blanke Entsetzen trieb Robin den Schweiß auf die Stirn. Jerome lächelte milde. »Sei ganz offen, mein Sohn.« »Nein, Vater.« »Und was willst du tun, wenn du uns verlässt?« »Ein Ritter des Königs werden, wie mein Vater.« Jerome hörte auf zu lächeln. Er betrachtete den blonden Jungen ihm gegenüber, dessen dunkelblaue Augen ihn so durchdringend ansahen. Er war mager und groß, von Gestalt fast schon ein Mann, aber das Gesicht mit dem vollen Mund, der schmalen Nase und den Sommersprossen war das eines echten Lausebengels. Jerome empfand tiefes Mitleid und bat Gott, er möge ihm die richtigen Worte schicken, um dem Jungen die furchtbaren Nachrichten so schonend wie möglich beizubringen. »Ich habe gehört, dass du ein guter Schüler bist. Du fügst dich nur mühsam in unsere Disziplin ein, aber du hast einen wachen Verstand. Unser Orden braucht Leute wie dich. Ich bin sicher, du könntest mit der Zeit dein Wesen zügeln. Du könntest lernen, dass ein Leben für Gott das einzige wahre Glück bedeutet. Mein Sohn, ich habe schlechte Neuigkeiten. Aber bevor ich dir sage, was geschehen ist, will ich, dass du weißt, dass du hierbleiben kannst. Ich meine kostenlos, verstehst du? Robin sah ihn mit bangen Augen an. Jerome nickte betrübt. Dein Vater ist tot. Es tut mir leid, mein Sohn. Robin rührte sich nicht. »Du hast immer gewusst, dass es passieren kann,« dachte er dumpf. Der Krieg forderte Opfer, und er, Robin, hatte das immer verstanden. Und er hatte seinen Vater nie wirklich gekannt. Als Robin im Jahre des Herrn 1348 geboren wurde, war der Krieg gegen Frankreich schon über zehn Jahre alt. Sein Vater war kaum je daheim gewesen. Doch er erinnerte sich gut an die wenigen Musestunden, die sie zusammen verbracht hatten. Plötzlich riss er erstaunt die Augen auf. »Gütiger Jesus! Ich bin jetzt der Earl of Warringham!« Vater Jerome runzelte die Stirn. »Nein, mein Sohn, das bist du nicht.« »Aber wenn mein Vater gefallen ist,« »das ist er nicht. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Dein Vater wurde verhaftet und des Hochverrats beschuldigt. Er sollte hier in England vor ein Gericht kommen, aber er hat sich erhängt.« »Aufgehängt!«, hauchte Robin ausdruckslos. »Er.« Offenbar wertete der königliche Gerichtshof seinen Selbstmord als Schuldanerkenntnis. Sein Lehen und alle Ämter sind ihm aberkannt worden. Und damit auch dir. Du bist kein Lord. Du bist ein Niemand. Aber wenn du bei uns bleibst, kannst du immer noch alles erreichen.« Ein dumpfes Dröhnen hatte in Robins Kopf eingesetzt. Das konnte nicht wahr sein. Völlig ausgeschlossen. Sein Vater war kein Verräter. Das Wort schien in seinen Ohren zu gällen. Verräter. Und ein Selbstmörder obendrein. Verdammt für immer und ewig. Er erhob sich mühsam. »Darf ich gehen?« Der Abt schüttelte den Kopf. »Einen Augenblick.« »Was hast du vor?« »Ich will nach Hause.« »Zu deiner Mutter?« »Sie ist an der Pest gestorben. Meine Schwester Isabella und meine beiden Brüder auch. Meine andere Schwester Agnes ist in einem Kloster in Chester. Mein Vater hat sie hingebracht, weil es da angeblich mit der Pest nicht so schlimm war.« Jerome legte ihm die Hand auf die Schulter. »Dann wollen wir es dabei belassen. Deine Schwester wird sicherlich in ihrem Kloster bleiben können, wenn ich der Mutteroberin einen Brief schreibe. Und du wirst vorerst bei uns bleiben.« »Nein, Vater!« Der Abt sah ihm ernst in die Augen. »Ich befehle es, Robert.« »Ich werde nicht Mönch werden. Ich werde niemals die Gelübde ablegen. Ihr könnt mich nicht zwingen.« »Ich will dich zu nichts zwingen.« »Ich befehle dir nur, hier zu bleiben und nicht nach Warringham zurückzukehren. Du hast dort keinen Menschen und kein Zuhause mehr. Du bist zu jung, um auf dich gestellt zu sein.« »Lächerlich«, dachte Robin. »Der König war kaum älter als ich, als er den Thron bestieg.« Doch Robin täuschte gehorsam vor. »Ja, Vater.« Er blieb in St. Thomas, bis kurz nach Mitternacht. Er entledigte sich seiner Kutte und zog einen fadenscheinigen, knielangen Kittel und ausgefranste graue Hosen an. Es war der Sonntagsstart von Oswin, dem Sohn des Stahlknechts. Für seine letzten paar Münzen hatte Robin seinem Freund die Kleidung abgekauft und sich dann von ihm verabschiedet. Nun schlich er lautlos aus dem Schlafgemach und ging in den Obstgarten. Er griff in die Apfelbäume und erntete. Es würde ein oder zwei Tage dauern, bis er nach Warringham kam, und er brauchte etwas Wegzehrung. Dann lief er zur Klostermauer und sprang hoch. Sein großes Verlangen nach Freiheit verlieh ihm Kraft. Es gelang ihm, die Mauerkante zu erfassen, und ohne große Mühe hangelte er sich hoch. Er sprang von der Mauer und eilte davon. Am Morgen gelangte Robin an einen Bach, aus dem er trank. Er war müde, legte sich auf den Rücken und schlief ein. Ein Regenguß riss ihn bald aus dem Schlaf. Robin fuhr erschrocken auf. »Wo bin ich?«, dachte er verwundert, und dann fiel ihm alles wieder ein. Er versuchte, für die verdammte, verräterische, selbstmörderische Seele seines Vaters zu beten. Doch er fand sein Gebet wenig überzeugend. Er konnte sich nicht einreden, dass es sich bei der Sache um ein fatales Missverständnis handeln musste. Wie sollte er da Gott überzeugen? Sein Unvermögen, eine Erklärung zu finden, und das beklemmende Bewusstsein seiner eigenen Verlorenheit trieben ihm Tränen in die Augen. Nach einer Weile fiel sein Blick auf die Baumstämme, und er stellte fest, dass die ihm zugewandte Seite moosbewachsen war. Das gab ihm die Orientierung. Er wusste, dass er nur ein paar Meilen in nördliche Richtung gehen musste, dann würde er auf eine Straße nach Warringham stoßen. Er marschierte los. Als Robin Warringham erblickte, regnete es nicht mehr, und die tiefstehende Sonne schien ihm ins Gesicht. Langsam ging er den abschüssigen Pfad zwischen den Weiden entlang und sah auf den Ort im Tal hinunter. Was für ein schönes Dorf Warringham doch ist, dachte er voll unerwartetem Stolz. In seiner Mitte befand sich die bescheidene, aber ordentlich gebaute Holzkirche. Daneben lag der baumbestandene Dorfplatz mit dem alten Pranger mitten darauf, glücklicherweise unbesetzt. Und ringsherum erhoben sich die strohgedeckten Häuser der Bauern, mit ihren Schuppen und Ställen und Gemüsegärten. Größere Häuser in großzügigen Gärten und kleine Häuser in winzigen Gärten, je nach Wohlstand der Bauernfamilien. Kinder spielten unter den Obstbäumen, Frauen hängten Wäsche auf. Am Dorfrand, ein bisschen außerhalb, standen noch zwei weitere Gebäude, die Schmiede und die Mühle. Beide lagen direkt am Tein, der jetzt still und gemächlich durch sein schmales Bett floss. Die Sonne spiegelte sich fast golden auf seiner Oberfläche. Rings um das Dorf erhoben sich Hügel, seicht und wellig, über die sich die Felder erstreckten. Jetzt nach der Ernte hatten die Schäfer die Herden auf die Stoppelfelder getrieben, nicht so sehr, weil sie besonders gutes Futter boten, sondern damit die Felder gedüngt wurden. Etwas abgelegen auf der rechten Seite, auf der höchsten Anhöhe, stand Warringham Castle. Robin stieg den Hügel zur Burg hinauf. Sie war alt, umgeben von einem tiefen Graben und einer schwarzen, bedrohlich hohen Steinmauer. Mit ihrer Brustwehr und dem breiten Turm über dem Tor, von dessen Luken aus man siedendes Öl oder Pech auf Angreifer heruntergießen konnte, wirkte sie abweisend. Er jedoch hatte stets das Gefühl gehabt, dass sie ihn beschützte. Als er näher kam, sah er, dass die Zugbrücke heruntergelassen und der Eingang unbewacht war. Robin spähte durch das Tor auf den Burgturm, in dem er zur Welt gekommen war. Es war ein dreistöckiges Ungetüm mit großen Ecktürmen und kleinen Fenstern. Das Tor des Burgturms flog plötzlich auf und ein Mann in leichter Rüstung trat heraus. Als er aufblickte, entdeckte er Robin. »Was glotzt du da, Rotznase? Was hast du hier verloren? Komm her, Bürschchen!« Robin ergriff die Flucht und rannte zum Gestüt, das ungefähr gleich weit vom Dorf und der Burg entfernt lag. Sein Vater hatte Pferde geliebt, genau wie Robin es tat, und schon in frühester Jugend eine Zucht begonnen. Mit den Jahren war der Verkauf von Vollblutpferden eine willkommene Einnahmequelle geworden. Die Stallungen waren Robin ebenso vertraut wie die Burg. Die Stuten waren in zwei gegenüberliegenden Gebäuden untergebracht, zwischen denen eine Gasse hindurchführte. Dahinter war ein grasbewachsener Hof, und erst dann kamen die Hengste. Als Robin in die alten Holzställe hineinspähte, hörte er plötzlich aus einiger Entfernung Männerstimmen, die aufgeregt riefen, und den wilden Hufschlag eines durchgegangenen Pferdes. Er sah in die Richtung, aus der die Geräusche kamen. Als er die Beschimpfungen verstand, schüttelte er missbilligend den Kopf. Wenn sie so brüllten, würden sie ihren Flüchtling nur immer weiter treiben und in Panik versetzen. Da kam das Pferd in Sicht, ein dunkler Jährling mit Halfter. Hinter ihm liefen drei Männer. Robin richtete seinen Blick auf den Jährling, der mit hohem Tempo auf ihn zuraste, und stellte sich ihm in den Weg. »Geh weg, Junge!« rief der Älteste der drei Verfolger, ein dicker Mann mit Bart. »Sei nicht verrückt, er wird dich einfach umrennen!« »Nein«, dachte Robin ruhig, »das wirst du nicht. Du wirst stehen bleiben, hier bei mir.« Robin konzentrierte sich auf das Pferd, das kaum mehr dreißig Ellen entfernt war, und lenkte all seine Gedanken darauf. »Es ist gut. Du brauchst keine Angst zu haben.« Etwas hat dich erschreckt, aber alles ist wieder in Ordnung. »Bleib stehen! Bleib stehen!« »Junge!« jammerte die Stimme verzweifelt. »Spring zur Seite!« Dazu war es jetzt zu spät. Das Pferd war bei Robin. Schlitternd kam es zum Stehen, aber die Wucht seiner Geschwindigkeit katapultierte seinen Körper vorwärts. Es stieg und wandte seine schlagenden Vorderhufe nach rechts, weg von Robins Kopf, als habe es jemand am Zügel herumgerissen. Dann stand es still, am ganzen Leibe zitternd. Robin nahm das Halfter in die rechte Hand, streichelte mit der linken den schweißnassen Hals des Tieres und flüsterte, »Das war wirklich knapp. Keine Angst. Alles ist in Ordnung. Ich hab's dir doch versprochen.« Die drei Verfolger kamen näher und starrten ihn mit offenen Mündern an, als könnten sie kaum begreifen, warum er noch heil vor ihnen stand. Die beiden ohne Bart schienen kaum älter als er selbst. Einer von ihnen kratzte sich verwundert die Nase. »Wie hast du das gemacht, hä? Das war wie Zauberei!« Er schien Robin argwöhnisch zu beäugen. Die Antwort blieb Robin jedoch erspart. Der Bärtige fragte, »Wer bist du, Junge? Habe ich dich hier nicht schon mal gesehen?« »Schon möglich. Ich heiße Robin. Bist du der Stallmeister?« »Nein, das ist Conrad. Ich bin Matthew, der Schmied. Diese Missgeburt hier sollte das erste Paar Schuhe kriegen, und das hat ihm nicht gefallen.« »Ob ich hier Arbeit bekommen könnte?« Matthew lachte dröhnend. »Ich denke, Conrad wäre ein Narrer, wenn er dich laufen ließe. Mit ihm musst du reden. Oh, da kommt er gerade.« Robin wandte sich um. Beim Anblick des Stallmeisters sank sein Herz. Conrad war ein kleiner, drahtiger Mann um die dreißig mit schwarzen Haaren und heller Haut. Unterhalb der schwarzen Augen war das Gesicht narbig. Er sah nicht so aus, als lächle er oft. Seine Kleidung war einfach, aber sauber. Er nickte dem Schmied zu. »Matthew.« Matthew erwiderte das Nicken. »Gott zum Gruße, Meister Conrad. Wir hatten ein kleines Missgeschick.« Er wies auf den Jährling. Conrad blickte auf das verschwitzte Tier. Er bedurfte keiner weiteren Erklärung. Dann deutete der Schmied auf Robin. »Dieser Junge hier hat das Verrückteste getan, was ich je gesehen habe. Er hat sich dem Gaul einfach in den Weg gestellt und ihn aufgehalten. Es war unglaublich.« Robin räusperte sich und sammelte seinen Mut. »Mein Name ist – ich weiß, wer du bist«, schnitt Conrad im Barsch das Wort ab. Robin schluckte mühsam. »Ich suche Arbeit.« Der Stallmeister schüttelte den Kopf. »Ich brauche niemanden.« Robin war bitterlich enttäuscht. Bis zu diesem Augenblick war ihm nicht bewusst gewesen, wie sehr er darauf gebaut hatte, hier unterzukommen. »Aber ich weiß nicht, wohin ich sonst gehen soll.« » XY» Vielen Dank.